Hochquirinius dehnt sich etwas ostwärts aus, sodass der Luftdruck über den nördlichen Mitteleuropa steigt. In der kommenden Nacht sinken die Tiefstwerte auf bis zu 6 Grad. Dazu ist es vielerorts bedeckt, gebietsweise regnet es. Am Donnerstagvormittag ist es überwiegend stark bewölkt. Lokal kann es zu Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen betragen 13 Grad. Am Nachmittag kann die Sonne hinter den dichten Wolken nur selten hervorspitzen. Temperaturtechnisch ändert sich nicht viel. Gegen Abend wird es wieder kühler. Auf bis zu 15 Grad klettern die Temperaturen am Freitag. Vereinzelt regnet es. Bei Höchstwerten um 20 Grad scheint am Samstag überwiegend die Sonne. Auch am Sonntag hat der Sonnenschein das Sagen. Dabei liegen die Höchstwerte bei 23 Grad. Bei Höchst Bernardino Vielen Dank.